Jetzt wart ihr ja nicht nur im normalen Einsatz, sondern auch Pandemie und der ganze Scheiß. Und da habt ihr eure Gesundheit auf das Spiel gesetzt, für anderen zu helfen. Und das ist jetzt kein Scheiß. Wie viele haben wir heute? Den 14. Am 12. ist hier bei mir im Laden auch wirklich ein älterer Mann an Herzversagen zusammengeklappt. Innerhalb von 4 Minuten war der Notarzt hier. Und da bin ich auch ganz ehrlich, da weißt du erstmal wie hilflos du bist. Ja, also auch von mir, also ein Riesenlob. Und das muss man wirklich sagen, wenn ihr nicht da werdet in allen Bereichen, dann würde unser Gesundheitssystem zusammenfallen. Und also nicht nur lieben Dank von eurem Hector, sondern auch lieben Dank vom 80 Euro Valdi. Ihr seid die Besten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.